Das nächste Stückchen handelt von einer Kuriosität, die das Wetter mit uns spielt. Es kann überall das schönste Wetter sein, da gibt es immer eine Ausnahme, das ist Loppersum. In Loppersum ist nämlich das ganze Jahr über Schneejagen. Das internationale Olympische Komitee erwägt schon die nächsten Winterspiele nach Loppersum zu verlegen, aber die Loppersumer wollen nur mitmachen, wenn als zusätzliche Disziplin Schneeschaufeln eingeführt wird. In Loppersum liegt Schnee! Wenn Rot, wie Rubin, die Sonne im Meer versinkt, der Wind, Schneewolken nach Loppersum bringt, dann gibt es in der Nacht wieder Schneejagen. Ja, denn ein Loppersumer kann ein Leben ohne Schnee ja nicht vertragen. Loppersum liegt Schnee! Kann man den Schnee einmal nicht schaffen? Dann ist das nicht okay, wenn dann früh am Morgen wieder der Tag erwacht. Ja, und die Sonne am Himmel über Loppersum lacht. Ha, 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 ha! Dann gehen alle Leute mit Schaufeln zur Tür hinaus. Ja, und sie schaufeln sich einen Weg von der Straße bis zum Haus. Loppersum liegt Schnee! Loppersum liegt Schnee! Kann man den Schnee hier einmal nicht schaffen? Dann ist das nicht okay! Loppersum liegt Schnee! grassesum liegt Schnee! Musik Vielen Dank.